Wir wollen heute hier einen Trade im Dow Jones machen. Ich habe eine interessante Schadensituation herausgearbeitet. Wir werden den Trade in diesem Video auch eingehen und ich werde euch Schritt für Schritt zeigen, wie ich vorgegangen bin, wie ich das analysiert habe, wie ich die guten Trades im Chart finde und welche Indikatoren ich benutzt habe. Schalte auf jeden Fall auf HD, um hier alles im Video im Chart klar erkennen zu können und halte das Smartphone quer. Bevor wir aber jetzt richtig losgehen, noch ganz kurz die Risikowarnung. Ja, welche Situation haben wir hier? Ich zoome einmal ein bisschen näher ran. Wir sind wie gesagt im Dow Jones und ich habe hier einmal den Indikator Fibonacci eingezeichnet. Wir haben hier ja einen signifikanten Abwärtstrend mit der Korrektur, der zur aktuellen Situation hier geführt hat. Hier an der blauen Linie sind wir jetzt aktuell und wir befinden uns kurz unter dem 50er Fibonacci Level. Ich kann auch noch einmal rauszoomen, dann sieht man es auch hier. Das ist der schöne Abwärtstrend, Korrektur. Und dann wollen wir ja hier oben wieder in Short Trades einsteigen. Wir sind wie gesagt jetzt kurz vor dem 50er Fibonacci Level. Des Weiteren haben wir hier auch noch den R1 Widerstandsbereich von unserem Pivot Punkt Indikator liegen. Hier ist der Pivot Punkt R1, das erste Resistance Level. Und des Weiteren haben wir hier auch den abfallenden Moving Average in der Version Exponentiell. Hier ist der Simple bzw. der Simple, das sieht man gar nicht. Zoomen wir nochmal ran. Der Simple läuft hier so lang. Also der ist noch näher dran an unserer Kerze. Also der Simple deckelt direkt drauf. Der exponentielle Moving Average liegt hier knapp drüber, dem R1. Also hier haben wir wirklich mit dem Fibo, mit dem R1, mit den beiden Moving Averages eine Situation, wo es sich lohnen könnte, in diesem Bereich auffallende Kurse zu spekulieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht man jetzt direkt schon rein, wo die Kerze jetzt hier an diesem Punkt ist? Oder wartet man noch, dass sie ein bisschen ansteigt? Wir hatten vor einer Stunde, bzw. gestern, wir haben die 1 Chart, nicht im Stunden Chart, wir hatten, gestern hatten wir den Anstieg darüber. Aber ich glaube, wenn man diesen Trade machen will, dann sollte man auf die restlichen Punkte hier verzichten und den Trade lieber direkt eingehen. Weil sonst kann es sein, dass man die Marktsituation richtig analysiert hat und der Trade vielleicht fällt, aber dann nicht mit dabei ist, weil er einfach bei einer Sell Limit Order hier das Sell Limit nicht mehr erreicht hat. Wir eröffnen also das Order Fenster und würden unseren, bzw. das müssen wir noch kurz herausarbeiten, wir wollen auf fallende Kurse spekulieren, wo macht es Sinn, den Stop Loss hinzupacken, falls der Trade gegen uns läuft. Klar könnte man ihn hier direkt über das Resistance 1 bzw. Moving Average drüber packen. Jetzt muss man gucken, wie viel Luft man dem Ganzen zum Atmen geben möchte. Ich glaube auch, das R2 Level bietet sich hier an, den da drüber zu packen. Da hätte man jetzt, würden wir liegen bei 34,070, vielleicht auch 34, ja. Ich gucke nochmal kurz, man sollte sich die Zeit nehmen, die Ruhe dafür auch lassen. Es sind Tageskerzen. Man kann auch sagen, man geht hier einfach mit einem kleineren Stop Loss rein, kann man auch machen. Das wären dann 33,955. Okay, öffnen wir das Order Fenster. 33,955, wie wir eben herausgearbeitet haben. Da wollen wir uns Stop Loss setzen, falls der Trade gegen uns läuft. Dann ist alles, jetzt ist er schon ein bisschen gefallen. Wir haben ein paar Punkte nicht mitgenommen, aber das ist halt die Frage. Man kann jetzt noch warten, dass er bei 33,840 wieder ist, wie eben. Wir haben ja den Spread hier, wir sind ja bei 33,840. Also, ich gehe den jetzt einfach mal ein. Wir wollen ja eh eine längere Bewegung dann auch mitnehmen und gucken, dass wir hier vielleicht, ja, wieder in diesem Bereich hier fallen. Okay, wir gehen jetzt rein. Hier hätten wir einen besseren Kurs bekommen. Ich warte noch einen kleinen Augenblick. Schneide vielleicht gleich nochmal. So, wir sind den Trade jetzt eingegangen mit einem Kurs von 33,834,8. Er ist jetzt natürlich leicht. Der Minus, der Spread ist eingebucht. Das ist ja die Gebühr, die man für den Trade zahlen muss. Er wird immer direkt bei Eröffnung des Trades eingebucht. Das heißt, wenn wir uns in den positiven Bereich hervorgearbeitet haben, haben wir die Gebühr für diesen Trade auch schon bezahlt, also den Spread. Jetzt geht es abzuwarten, wie er sich ab diesem Punkt verhält. Die Amerikaner sind noch nicht im Markt. Es ist jetzt gleich 14 Uhr. Und das ist übrigens die englische Serverzeit. Also es ist gleich 14 Uhr. Amerikaner sind noch nicht im Markt. Muss man gucken. Es spricht einiges dafür, dass wir hier eine stärkere Widerstandszone haben. Und wir bleiben dabei. Ich nehme euch mit rein. Ich nehme euch mit dazu. Wir gucken, wie sich dieser Trade verhält. Ob wir ihn heute noch wieder schließen oder ob wir ihn vielleicht sogar ein paar Tage länger offen lassen. So, mittlerweile ist es abends. Und ich nehme euch nochmal mit dazu. Wir gucken uns hier unseren Trade im Dow Jones an. Hier unten ist er drin mit einem wirklich tollen Ergebnis. Und der Markt hat sich genau so entwickelt, wie wir das gesagt haben. Wir konnten hier wunderbar auf fallende Kurse spekulieren. Warum, weshalb, hatte ich im Video ja alles erklärt. Es macht auch immer Sinn, sich hier weitere Märkte noch reinzunehmen. Ich habe hier auch noch einen Trade im Euro-US-Dollar offen. Und eben hatten wir auch noch einen Trade im DAX. Dieser ist leicht im Minus geschlossen worden. Dort hat die Analyse heute, bzw. die Richtung heute nicht gepasst. Gehört auch zum Trading dazu. Und alle Videos, sowohl hier den Dow Jones Trade, als auch natürlich die anderen beiden, DAX und Euro-US-Dollar, findet ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Es ist immer sehr lehrreich, einfach dann auch mal zuzugucken, wie analysiert man die Märkte, welche Indikatoren, wie macht man das. Und diese Strategie kannst du, wie gesagt, immer anwenden. Wenn du mehr lernen möchtest, schau bei uns auf der Homepage vorbei, tradingdusche.de. Dort findest du, wie gesagt, die kostenlose Trading-Ausbildung. Und ja, schönes Ergebnis. Ich werde das noch ein bisschen beobachten und werde die Trades aber alle heute noch schließen. Wenn du mehr solcher Videos gerne sehen möchtest, schreib uns in die Kommentare und dann wünschen wir, wie immer, sehr viel Erfolg beim Trading.